Warum denkst du darüber nach, in Rente zu gehen? Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Endlich mit 63 in Rente gehen, wartest du auch da drauf? Spannende Frage. Ich komme gerade vom Einkaufen zurück und an der Kasse lag die Bild-Zeitung und beim Bezahlen habe ich da mal so die Headline gelesen. Da ging es wohl irgendwie um die Rente und der Untertitel war endlich mit 63 aufhören zu arbeiten, wie du das auch kannst oder so. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln. Denn wie viele Menschen warten darauf, endlich in Rente gehen zu können. Mit 60, mit 65 oder vielleicht wird das auch irgendwann mit 70 sein. Keine Ahnung, ich kümmere mich da ja wenig drum, aber ich kriege das durch solche Dinge natürlich immer mal wieder mit. und das Interessante dabei ist einfach, dass wir so konditioniert sind, in ein System reingepresst wurden, gar nicht so wirklich drüber nachdenken, dass auch was anderes möglich ist oder wenn wir mal drüber nachdenken, gleich denken, okay, nee, funktioniert ja für mich nicht und so auf die Rente hinfiebern. Und deshalb springen so viele dann eben auch auf so eine Headline an, endlich mit 63 in Rente. Schau mal, wenn du einen Job hast, ich spreche jetzt bewusst von Job, warum, werde ich auch gleich darauf eingehen, warum ich nicht das Wort Beruf wähle. Wenn du einen Job hast und drüber nachdenkst, mit 60, mit 63 in Rente zu gehen, warum machst du das? Warum denkst du drüber nach, in Rente zu gehen? Das ist doch dann eigentlich so, dass wir dann Dinge machen, die uns nicht wirklich erfüllen, die uns nicht glücklich machen, die uns nicht wirklich Energie schenken, die uns allenfalls zum Monatsende, Summe X, auf unser Konto bringen, um dann so für Monat für Monat in dieser gelebt werden Falle, in dieser Tretmülle drin zu sein. Und dann fiebern wir auf das Alter hin quasi, auf 60, auf 63, auf 65, um endlich dann in Rente zu gehen. Und dann, was ist dann? Was machen wir dann? Können wir dann die Dinge machen, die uns wirklich am Herzen liegen? Dann ist es doch oft so, und das kann man im Außen auch bei so vielen beobachten, das finde ich so traurig, deshalb möchte ich dich jetzt hier mal ein bisschen wachrütteln, dann ist die Rente da, aber dann ist der Energielevel schon so im Minusbereich, dass man dann, ah, nimmer wirklich aus gesundheitlichen Gründen schon die Dinge machen kann, die einem wirklich am Herzen liegen, weil man einfach gehandicapt ist, weil man jahrelang, sich verbogen hat und sich selbst quasi vergewaltigt hat und so viel Zeit mit Dingen verbracht hat, die einem so viel Energie geraubt haben. Oder der zweite Grund ist, dass es dann einfach auch an Geld fehlt. An Geld fehlt, um sich das Leben so zu gestalten, wie es dem Herzen entspricht. Und jetzt komme ich auch zu dem Thema, warum ich jetzt bewusst das Wort Job gewählt habe und nicht von Beruf gesprochen habe. Denn in dem Beruf, in dem Wörtchen Beruf, da steckt das Wörtchen Ruf drin. Ruf, dem Ruf der Seele zu folgen. Denn das ist doch eigentlich das, was den Beruf ausmacht. Ich fühle mich dazu berufen. Ich folge dem Ruf meiner Seele. Das ist nämlich etwas, was uns auch niemand beigebracht hat. Als wir, das fing schon in der Kinderstube an, da hat uns niemand gesagt, wenn wir mal groß geträumt haben, wenn alles für uns möglich war, wenn wir die Welt erobern wollten, folge dem Ruf deiner Seele. Lausche auf die Botschaft, die in dir steckt. Lausche auf diese leise Botschaft, die dein Herz, deine Seele dir schicken. Und folge dann dem Ruf deiner Seele und vertraue dir selbst. Mach das, was dir am Herzen liegt. Warum du hierher auf diese Mutter Erde gekommen bist. Warum du im jetzigen Körper inkarniert hast, um es spirituell auszudrücken. Das macht doch letzten Endes den Beruf aus. Ich fühle mich dazu berufen. Wir haben was anderes gelernt. Wir haben gelernt, uns in ein System zu pressen, möglichst guten Schulabschluss zu machen, dann zu studieren, des Studierenswillens, um irgendwas in der Hand zu haben. Oder eine Ausbildung zu machen, um da irgendwas in der Hand zu haben. Und haben dann einfach gelernt, uns mit irgendeinem Beruf zu arrangieren. Gemeindlich Beruf. Der bessere Ausdruck ist Job, um uns mit irgendeinem Job zu arrangieren und auf die Rente hinzuarbeiten. Schau mal, wenn du die Dinge machst, die dir Energie schenken, die dir Freude bereiten, die dir helfen, deine Gesundheit somit, weil sie dir eben Energie schenken, natürlich auch auf einem hohen Level zu halten. Dass du dich fit, hellwach fühlst, dass es deinem Körper, dass es dir gut geht, dass es deiner Familie gut geht, dass es in deiner Partnerschaft auch gut geht, weil du einfach gut gelaunt bist, weil du die Dinge machst, die dir Freude bereiten. Da gibt es auch keinen Grund, in Streit mit den Kindern oder mit dem Partner einfach zu geraten. Wenn es dir gut geht, dann geht es auch der Familie gut. Und wenn du deinem Herzen folgst und deine Berufung findest und dann im zweiten Schritt damit auch noch dir aneignest, wie du damit die Geldenergie in dein Leben ziehen kannst, die auch dann möglicherweise den Rahmen sprengt, den du dir gerade vorstellen kannst, weil sie dir nämlich dann viel mehr Geldenergie auch vom Universum bescheren kann, als das, mit dem du dich gerade arrangierst. Dann kommst du doch nicht auf die Idee, da geht schon das Licht an, siehst du? Wenn ich bei diesem Thema hier angekommen bin, das Universum agiert hier. Also es ist niemand hier im Raum, der Lichtschalter jetzt angemacht hat, sondern das ist einfach der Wink vom Universum, wie da ein Licht aufgeht, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst. Dann kommt doch niemand von uns auf die Idee, mit 63 zu denken, ich höre jetzt auf damit. Weil das macht dir doch Freude. Warum solltest du auf die Idee kommen, mit etwas, was dir Freude macht, was dich morgens wach aus dem Bett hüpfen lässt, weil du genau weißt, du machst heute die Dinge, die dir Freude bereiten. Warum solltest du dann auf die Idee kommen, mit 63 damit aufzuhören? Denk mal bitte darüber nach. Und wenn du bislang, so wie ich das früher auch gemacht habe, noch denkst, naja, ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt einen Job habe und dich damit tröstest, dass es ja viele Menschen gibt, die froh wären, wenn sie gerade deinen Job hätten, die froh wären, überhaupt einen Job zu haben und dich damit tröstest, dann switch doch bitte mal um und denk doch bitte mal in eine andere Richtung und lausch mal auf dein Herz, lausch mal, was dein Herz dazu sagt und beschäftige dich doch mal bitte damit, was dich einzigartig macht, was dir wirklich Freude macht, was du machen würdest, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und beginne doch dann bitte mal, dich auf den Weg zu deinem Herzen zu begeben, damit du aufhörst, langfristig, wenn ich jetzt von langfristig spreche, dann rede ich in einem Zeitraum von zwölf Monaten, das kann alles in diesem Jahr noch realisiert werden, du kannst dieses Jahr zu deinem Start in dein Jahr überhaupt machen, in dein neues Leben, wir haben jetzt gerade mal erst Februar, dass du am Ende des Jahres wirklich deine Berufung gefunden hast und dem Ruf deiner Seele folgst und dir dein Leben so gestaltest, wie es nach deinem eigenen Standard, nach deinem Rhythmus dir entspricht und das ist dann einfach eben auch Selbstverwirklichung und da können wir dem unserer deutschen Sprache auch nochmal so viel entnehmen, Selbstverwirklichung, da steckt drin, ich wirke. Als ich meinen Bürojob an den Nagel gehangen habe, habe ich immer gesagt, ich habe aufgehört zu arbeiten, ich wirke jetzt, das heißt, ich mache die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen und Menschen inspiriere, dazu auch dem Ruf ihrer Seele zu folgen, ihren Seelenplan zu entdecken. Da möchte ich dich jetzt einfach mal wachrütteln. Ich kann nicht Format C auf deiner Festplatte machen, auch wenn ich das gerne machen würde, aber das geht nicht. Nur du selbst kannst einfach anfangen, hier umzuswitchen und dich diesen vielen anderen Möglichkeiten, die im Äther sind, die das Universum auch für dich bereithält, öffnen und dich befreien von dieser Gelebtwerden-Falle, von dieser Tretmühle und beginnen dich auf den Ruf zu deinem Herzen, zu deiner Berufung zu begeben, deinen Seelenplan zu entdecken. Lausch bitte mal in dich hinein und denk mal darüber nach. Niemand anderes setzt dir da Schranken, nur wir selbst mit unserer im ersten Sinne des Wortes beschränkten Denkweise. Es geht, es ist auch für dich möglich. Es gibt so ein schönes Sprichwort. Der Kopf ist rund, damit wir die Denkrichtung ändern können. Also, wenn dich das jetzt irgendwo ein bisschen tangiert, dass du denkst, so wie das mir früher ja auch ging, ich mache das jetzt wirklich nur, weil es mir Summe X am Monat auf mein Konto bringt. Dann fang mal an, darüber nachzudenken, was würdest du eigentlich machen, wenn Summe X automatisch immer auf deinem Konto erscheinen würde. Das heißt nicht, dass du aufhörst zu arbeiten, sondern, dass du dich selbst verwirklichst. Ich wirke und dem Ruf deiner Seele folgst. Und dann werden so viele Möglichkeiten auf dich zukommen, wie du dann entsprechend auch die Geldenergie in dein Leben ziehst, dass du dir ein wirklich gutes Leben eben auch erlauben kannst. Für dich, für deine Familie, für deine Kinder und vor allem, das war immer mit der größte Motivator auch für mich, meinen Kindern ein anderes Vorbildbilder zu sein. Weil ich natürlich auch gemerkt habe, wie sie Prägungen von mir auch schon aufgenommen haben aus meinem früheren Leben. Und vielleicht ist das auch für dich mit dem Motivator, deinen Kindern auch was anderes noch mit auf den Weg zu geben und ihnen zu zeigen, du als Vorbild, hey, es geht auch anders. wenn du dem Ruf deiner Seele folgst, deinen Seelenplan entdeckst, es wartet ein wunderbares, großartiges Leben auch für dich. Mach diese Schranke auf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch dabei. Und denk mal da drüber nach jetzt. Vielleicht magst du einen Spaziergang jetzt machen und das, was ich dir jetzt gerade so ans Herz gelegt habe, nochmal auf dich wirken lassen und einfach mal Ideen und Möglichkeiten aus dem Universum zu dir kommen lassen. Und lass das dann einfach mal wirken. Geh mal ein bisschen schwanger damit, wie man so schön sagt. Und begib dich auf den Weg zu deinem Seelenplan. Alles Liebe. Tschüss.